Also im Direct, das sieht man ja schön. Hat sich dein Problem mit dem übergroßen Penis inzwischen eigentlich erledigt? Hab ich geschrieben, ja danke fürs Nachfragen, wie sieht es eigentlich mit deinem aus? Okay, das freut mich, ich habe auch gelernt, damit umzugehen, aber mit dem zusätzlichen Gewicht klar zu kommen, hab aber noch Probleme beim Aufstehen. Und dann kam ein Hornkötze, hallo, mein Problem mit dem Riesenglied hat sich noch nicht erledigt, wie es ist. Was, was ich jetzt erkundige? Du musstest wieder...